Falco Deim ist ein österreichischer Mittelalterarchäologe. Leben Nach dem Studium der Ur- und Frühgeschichte sowie mittelalterlicher und neuerer Geschichte 1971 bis 1976 in Wien promovierte er dort 1976 über die Awaren in Niederösterreich. Danach war er zunächst Assistent und schließlich seit 2000 Professor am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien. Seit 2003 ist er als Nachfolger von Konrad Weidemann Generaldirektor des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz. Deim ist als Vertreter des RGZM Mitglied des Steering-Komitees des Forschungszentrums Erdsystemwissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Archäologie des Frühmittelalters und hier besonders Chronologie und Formenkunde der Awaren sowie die Problematik des Klimawandels aus Sicht der Geisteswissenschaften. Dazu initiierte er 2009 Zweitagungen am RGZM. Deim ist ordentliches Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts und korrespondierendes Mitglied im Ausland der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Im Jahre 2010 kuratierte er die Ausstellung Byzants Pracht und Alltag in der Bundeskunsthalle in Bonn sowie 2012 das Goldene Byzants und der Orient auf der Schallerburg. Auszeichnungen 1984 Wissenschaftspreis des Landes Niederösterreich Förderungspreis Schriften Das Gräberfeld von Sommer ein Das Gräberfeld von Leobersdorf Die Awaren am Rande der byzantinischen Welt Innsbruck 2000 Mit Ernst Lauermann Das frühungarische Reitergrab von Gnadendorf Mainz 2006 Mainz 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 Vielen Dank.